So Sag, wenn ich anfangen kann 3, 2, 1, so 80 FPS, super Jo, läuft Browser schließen Das schließen, das schließen Von mir aus kannst du jetzt anfangen Jut Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Takes It Together Ach, schon wieder Ansage verkackt Wie immer halt, kennt man ja schon von Vize-Biest Dabei ist natürlich auch wieder der GX-Raptor Hallo Und ein Tintenfischer 10 Leben Wir waren ja in der letzten Aufnahmesession Super effektiv Was heißt effektiv Super effizient Genau, das war das Wort, was ich gesucht hab Hier stehen 2 Türme Ja, aber super viel gut Und hier ist ein fetter Baum, was hier nicht alles ist Ich hab jetzt wieder ein textischer Pack drin Das seht ihr dann aber jetzt ja nicht Ja, ihr seht dann in der nächsten Folge Ich hab auch ein textischer Pack drin Auch wenn's auf den ersten Blick vielleicht nicht auffällt Ist das irgendwie, keine Ahnung Eher an 3D-Craft oder so nennt sich das Ich werde mich aber noch entscheiden müssen Ob ich das drinnen lasse Das werde ich aber in den nächsten 10 Minuten dann entscheiden Momentan hab ich die ganze Zeit 80 FPS Aber ich werde mal gucken, wie das ist Wenn ich die neue Welt erkunde und so Ja, dort werden wir mal sehen Da ist schon wieder Diamant in der Decke Ich laufe mir hier so ein bisschen rum Uh, das Sandstein sieht ja richtig cool aus Habe ich jetzt gerade meine Spitzhacke weggeworfen? Habe ich gerade meine Spitzhacke? Wo liegt die Spitzhacke? So, was haben wir denn vor dieser Aufnahmesession? Ach du, das kann ich dir noch nicht sagen Ich werde mir erstmal die beiden Chormier zu Gemüte führen indem ich meine Spitzhacke wiedergefunden hab Wo ist die denn? Ah, da, ich hab sie gefunden So Riftblade Ich guck mal aus, ob man keine Riftblade zu machen kann Ich glaub ich weiß es, aber ich weiß es nicht genau Hm Ich glaub ich weiß es nicht genau Das ist ein bisschen Oh, wir haben jetzt ein Portal in der Stadt Nice Also ich hab ja irgends im Dorf gefunden, wo wir ein Portal waren Kannst du aber mal reingehen, wenn du willst Hä? Mein Gott! Was? Ich bin in die... Ich komm mal an die Tür rein Warte mal, warte mal Ich bin glaub ich ganz woanders als du Also hier sind ja überall Türme Äh Ah nein Ich hab hier zwei Portale gefunden Was hast du denn gemacht? Was ist denn bei dir los? Scheiße Was zum Teufel ist da los? Scheiße, wir brauchen unbedingt einen Riftremover Und wir haben hier so Zeug in der Stadt, was alles kaputt macht Oh Ja Das ist doof Ah, das ist dann hier für ein komisches Gebiet, ey Naja, egal Hur, ich war es nicht, ne? So, hier sind ein paar Türme, da ist Wir werden mal gucken, wie man was crafted Ey, hier ist hier irgendein großer fetter Baum da rum, woherum stehen glaube ich ein paar Spawner oder sowas Oh Oh Äh Ich brauche eine Enderperle und vier Goldbarren Skeleton Defender Das ist essbarer Schleim Wir brauchen eine Enderperle Ich bäschere gerade auch irgendwelche Skelettinger weg Skelette mit Schwert und Rüstung Also wenn wir keine Enderperle finden, sind wir ganz schön im Arsch Ja 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 gut, die werden wir doch irgendwo noch finden Hoffe ich doch Und zur Friere ist das Zeug hier, was hier gerade die ganze Hälfte rumschwert die Stadt Oh Aber das ist nicht so cool Ich mache einfach irgendwelche Skelettinger puttig Das ist irgendwie für komisch, das waren irgendwie anfangs Spawner und aus denen dann einzelne Skelette hier wohnt Ja ja, das ist äh Normal Ach so, gut Mal gucken, was der Turm dann so äh, der Turm der Baum so bringt So wie stirbt Was ist das hier? Für diesen Sandstein haben, das sieht so geil aus Ich werde mich dann auch mal in die Richtung begeben und Ein paar Türme Oder wollen wir zusammen Türme machen Ja, ich habe hier auf jeden Fall schon welche gefunden Ich glaube, hier warst du auch schon mal was dann nicht auf die Türme Ich glaube nicht, ich wollte mich mal zu dir vor, damit wir was zusammen machen können Mache das Da guck mal Hallo Da gucke da hinten ist um so ein Dorf, da warst du wohl glaube ich auch schon Ja, hier in der Nähe war schon Aber dieser Baum, da kann man Da kann man hier sagen Alter, ich baue meine Scherte Ich baue meine Scherte Ich mache mit meinem Schwer einfach mal super für Schaden Hm Ich geh erstmal Alter, was macht hier die ganze Zeit diese Geräusche? Ich weiß es nicht Warte mal, äh Sollte ich über so eine Druckplatte laufen? Würde sagen nein Okay, wäre nichts runter gewesen Alter, was passiert da? Ich weiß es nicht, ich hab Nix schimmer Oh, Creper Alter, ich mach 8, ich habe gerade 18 Schaden gemacht Oh sorry Boah Alter Ist ja richtig Party Ach Oha Oha Oh fucking shit Alter, du bist da richtig penetriert Und ich bin jetzt auch rein Oh, ich bin gleich tot Wir müssen uns auf jeden Fall solche Heilstäbe machen Die die auch da grad haben Ich hab noch ein Herz Alter, scheiße Ich hab noch volle Herzen Ne, ich muss erstmal wieder Aber die haben gerade auf dich gefokust, deswegen Alter Alter, diese Typen mit den Herzstäben, die heilen die die ganze Zeit Und diese Herzstäbe können wir uns auch machen Echt geil Ja Ach du, wir haben noch Rucksäcke, die bestopfe ich gerade noch voll so Ach du Kacke Aber im Moment bin ich gut dabei Ist gut Wir hätten uns Goldäpfel mitnehmen sollen Warte mal, ich guck mal kurz in meine 4 Rucksäcke und brauche ich bestimmt einen Ach, du kriegst dich nicht tot, weil die dich die ganze Zeit heilen Ach übrigens, ich hab schon 7 Enderperlen, deshalb ist das wohl nicht so gut Okay, dann musst du da Gold rummachen, einen oben, einen rechts, einen links Und dann kannst du dir auf dieses schwarze Zeichen, was in unserer Stadt rumwirbelt Machen wir dann, nachher irgendwann Ich hab ne goldene Karotte, aber auch nur eine Ja, das bringt uns ja nicht viel Ne, leider nicht Alter, diese Oh, ich hab sie gleich alle tot Oh Ich helfe mal ein bisschen, doch mal Alter, was haben die alles gedroppt? Electric Essenzen, da können wir uns Flugstäbe draus machen, geil Nice Ist hier Eisenbauen und sowas und dauert mal sehen, wo es hier hingeht Oh, da geht's ja weiter Oh, oh Das sieht irgendwie gruselig aus, ich habe Angst Und wir haben gar keine Fackeln Ja, ich auch nicht Was liegt da? Ins Gelände So Oh, soll ich die Dorfbewohner töten? Ein, ein Mensch, das ist kein Dorfbewohner Achso Oh Oh, ich hab den Betrunkenheitsbuff Oh, ich hab den Betrunkenheitsbuff Necromancer, ach du Scheiße Ich hab gerade, oh, Junge Ich hab gerade den Betrunkenheitsbuff Oh, Alter, geh mal weg da, ich hab dich gerade voll gebasht Ja, ich hab auch grad Übelkeit oder wie auch immer das ist Boah, da bin ich mir aber echt übel von Das ist echt schlimm, oder? Das hatte ich schon mal irgendwo Weißt du, ich bescht den Necromancer die ganze Zeit Und dann kommst du einmal an und machst den letzten Schlag Ich hab schon gefragt, warum du so wenig Leben hattest Guck mal her, guck mal, ich zeig dir erstmal, was passiert, wenn ich dieses Riftblade benutze Guck mal, hier, kommt erstmal ein Portal Wuck, du gehst rein Das Portal ist weg Echt? Guck mal, dann mach ich mir wieder ein Portal Komm ich da raus Dann ist das da Ja Und das macht, das frisst alles kaputt Na, ich hab Angst, okay Erstmal weiter tiefer Creeper Achtung Creeper, da ist nämlich irgendeine Truhe Oh, ja, Truhen Ich mag Truhen Ich auch Äh, so Eisenbeine, das sind alles Eisensachen Ich hab irgendwas verzaubertes Ich hab verzauberter Eisenstiefel, schlusslicher 1, naja Ein Eisenbus, Panzer für Explosions für 2, na gut Ich hab schon wieder ein Buch gekriegt So Ich hab schon wieder Schokopedia gefunden So, ich finde das Projekt macht mehr Spaß als das Feed the Beast Weil das hier mehr Action ist Bisher schon, ne? Und den, äh, die Beine schlagen, dann portier-portier sich nicht weg Ich weiß, ey, ich hab nen Creeper-Kopf gefunden Ich wusste das bis vor kurz noch nicht, deswegen Boah, ich setz mir jetzt nen Creeper-Kopf auf Gut, ich glaub ich hab jetzt auch ne Ender-Perle Guck mal, ich bin ein Creeper Boah, läuft dann nicht so weit vor Boah, Diamanten-Zeug Äh, Diamanten-Typen Krass, mit Teilstäben Ja Ja Er soll mal einen droppen Aber wenn wir leider nicht immer vor mich laufen Wenn ich jemand schlage Dann musst du mich einfach boxen, dann lerne ich's durch Schläge Ja, ja, nicht so dass Also mit dem Tech-Shirt auch immer vor dich laufen und dann tot bin Boah, Bücherregale, nehmen wir auf jeden Fall mit Oh ja, aber erst mal in den Trug gucken Ein Magic Boomerang, ein Goldblock So, ich hab drei Diamanten, äh, fünf Eisen, so nen Goldblock und nen Golden Boomerang Ich packe jetzt erstmal was in, in meinem Backpack Magic Boomerang, so Ich weiß, man kann keine Backpacks in, in, in Backpacks tun können Naja, ich hab vier Backpacks mit, deshalb hab ich erstmal genug Ja, ja, ich auch Gut Ich geh mal den ganzen Rohstoffe auch mit, weil Rohstoffe sind ja nie schlecht So, ich hab die Sahne kaputt Ja, das ist so